Jo Leute, was geht? Wir sind hier gerade im Studio mit Xandro und San Andreas. Wir arbeiten gerade an einem geheimen Projekt für nach Icon. Wird auf jeden Fall sehr wild. Ich wollte ganz kurz diese Möglichkeit nehmen, mich bei allen Zuschauern nochmal zu bedanken für euer Vertrauen und dass ihr die ganze Zeit mit uns wart. Es war jetzt echt eine schöne lange Zeit. 6-7 Monate ging das Ganze und wir sind jetzt offiziell zum Ende. Ich wollte euch auch alle nochmal ganz herzlich einladen zum Live-Event, das am 4.11. im Diamonds Club in Köln stattfinden wird. Wir haben über die letzten Wochen mit den ganzen Künstlern gesprochen. Das heißt, fast alle Künstler, die in der Villa waren, sind am Start. Der einzige, der nicht kommt, ist Bobby Van Damme aus privaten Gründen. Aber ich muss euch sagen, wir haben auf jeden Fall noch ein paar krasse Special Guests, die auf jeden Fall da sein werden. Ob die auftreten werden, kann ich natürlich nicht garantieren, aber wir werden auf jeden Fall sehen. Mert, Luhn, Tja Luhn. Es sind auf jeden Fall sehr coole Leute da am Start, die ihr kennenlernen und treffen könnt. Ich kann euch garantieren, es wird auf jeden Fall eine richtig krasse, mega geile Show und ihr wollt die auf jeden Fall nicht verpassen. Und ich freue mich schon, alle von euch durch. Und wir haben gleich zwei Legenden, die noch von Icon 3 kommen. Ah ja, genau. Und zwar Django und Biggie. Wenn das klappt aber. Also ich will es noch nicht versprechen, aber am Dienstag haben wir Django und Biggie noch mal im Studio zum Reden. Vielleicht wollen die auch eine kleine Performance machen für euch. Man weiß es nicht, wird eine kleine Überraschung. Ich will es euch nicht garantieren, aber ihr wollt auf jeden Fall das Event nicht verpassen. Deswegen kauft euch die Tickets. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Episode. Und ich gehe jetzt erstmal diesen Bart rasieren. Die Duos, mit denen ihr heute in die Challenge reingeht, sind auch die Personen, mit denen ihr die Challenge verlassen werdet. Solltet ihr die Challenge verlieren. Obi und Mowgli, ihr seid in einem Team. Bobby und Durian. Hamdi, San Andreas, Tano Dreamers Kartell. Mowgli und Obi, wie fühlt ihr euch nach eurem Auftritt? Seid ihr zufrieden? Ich denke, wir können auf jeden Fall zufrieden sein. Unsere Parts waren on fire, wir haben abgeliefert. Können wir noch einen Durchgang machen? Warum? Wie kommt's? Das geht besser, glaube ich. Also ihr seid nicht zufrieden? Bruder, ich habe ihn rausgepackt, Bruder. Wie? Ich habe schon am Anfang verkackt, Bruder. Ich habe da voll ganz andere Text. Ich habe irgendwann mittendrin gefreestyled. Lauf, hol mich aus der Hölle hier raus. Lauf. Jungs, ich muss euch wirklich sagen, wir haben es euch auch gestern schon gesagt. Wir dulden keine Chokes mehr. Wir geben euch keine fünf Minuten mehr, um nochmal in euch zu gehen. Es gibt keine zweite Chance mehr. Und damit muss ich leider sagen, dass ihr aus der aktuellen Challenge leider als Verlierer rausgeht. Robby, bei dir schließe ich mich da auch ein bisschen an, wie bei meinen Kollegen. Ich finde auch, dass das so ein bisschen zu gerade alles klingt. Also es ist wirklich schwierig gewesen, hier zu entscheiden, wirklich, wer der Bessere von euch war. Wir waren doch ein Team. Wie waren wir denn im Team? Ich wollte gerade fragen, ich glaube, ich habe die Challenge nicht verstanden, weil hier ging es ja um Teamarbeit am Ende des Tages. Oder wie das Team im Gesamten gearbeitet hat und abgeliefert hat. Oder habt ihr hier die einzelnen Künstler bewertet? Ich habe auch gesagt, Team ist das Team. Habt ihr gerade geantwortet? Guck mal, im großen und ganzen Hobby, heute war dein Hook ein bisschen schwächer. So hat es ja gesagt, es ist sehr, sehr schwierig. Halt bei One-Take, kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem musst du gucken, dass du da auf jeden Fall Hook-technisch da ein bisschen was drauflegst. Dann kommen wir zu Dorian. Bei Dorian habe ich das Gefühl, du bist neben Bobby heute leider ein bisschen untergegangen. Bobby, bei dir waren wir die letzten Tage immer ein bisschen kritischer. Du weißt es selber, du hast uns nicht zu 100% überzeugt in den letzten Tagen. Heute hast du wirklich mal die Leistung gebracht, die wir von Bobby Van Damme sehen wollten. Danke. Und heute hast du wirklich überzeugt, endlich mal, muss ich sagen. Und uns hat das wirklich sehr gut gefallen, was du heute gemacht hast. Allerdings muss ich dazu sagen, dein Teampartner hat uns nicht so stark überzeugt, wie du es getan hast. Und dementsprechend müssen wir jetzt wirklich gucken, welche Gruppe im Gesamtpaket stärker war. Und die stärkere Gruppe von euch war die von Mogi und Bobby. Das ist ja auf jeden Fall eine korrekte Entscheidung. Wir waren auf jeden Fall stark. Check it up! Oder ich freue mich natürlich, aber dazu muss ich sagen, Bobby ist auch ein Freund von mir, auch persönlich. Wir kennen uns ja auch so und deswegen ist das auch beschissen. Aber natürlich, danke schön, Jungs. Das Problem ist halt einfach meine Stimme. Das ist einfach das größte Problem, weil ein Sänger ohne Stimme ist kein Sänger. Und ich bin einfach, man kann mich so darstellen, ich bin ein kaputtes Produkt gerade. Und das ist halt scheiße für Bobby. Vielleicht habe ich ihn ein bisschen runtergezogen deswegen oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt hart. Wir hatten eine kleine Stelle, wo wir einen Patzer, was heißt ein Patzer? Das war halt nichts Besonderes, aber da hat halt ein Satz gefehlt. Das war nicht so gut besprochen, das ist das. Nur in diesem Moment konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich den ja davor angetippt, sodass er den Satz sagen soll, weil meine Luft ist weggegangen. Da müsste eigentlich hin, verstehst du langsam Bobbys Text, damit ich kurz einatmen kann. Das hat er nicht gemacht, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, auf dem Track ist das gar kein Problem. Dann würde ich jetzt Bobby und Dorian auch bitten, den Raum zu verlassen. Also man darf natürlich nicht den Kopf hängen lassen. Es sei den Jungs auch gegönnt. Hier der Mowgli ist da auch da. Die haben einen stabilen Track gemacht. Komm mal her, Gova. Check it up. Das machen, Gova. Ich habe gerade darüber geredet. Auf jeden Fall, wie gesagt, seit den Jungs gegönnt, die haben einen stabilen Track gemacht. Das Wichtigste ist einfach, den Kopf nicht hängen zu lassen. Immer weiterzumachen, das ist das Erfolgsgeheimnis. Immer weiter, Gas geben. Check it up. Ein Haar. Hör zu, was Bobby sagt. Hunger in Afrika. Parallel dazu gehst du Hummer und Kaviar. Ja. San Andreas und Hamdi. Stellt euch bitte einmal neben Mowgli und Obby. So Jungs, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die Top 4 von Icon4. Ihr habt sehr, sehr stark performt bis hierhin. Und jetzt geht es wirklich in die finalen Runden. Erstmal dafür großen Respekt. Erstmal für ihr. Von 500 Teilnehmern seid ihr die letzten 4. Das ist mega. Ich sagte ehrlich, im ersten Moment habe ich mir gedacht, was? Wieso? Weißt du, ich war ein bisschen schockiert. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe gedacht, die anderen beiden gewinnen, Bruder. Mir ist natürlich erst einmal durch den Kopf gegangen, dass ich brutal stolz auf Mowgli war. Ich war stolz auf mich selber. Von 500 Kandidaten, mehr als 500 Kandidaten hier in der Villa zu stehen. Bei den letzten 4 ist das natürlich auch für mich selber, für mein eigenes Ego eine Bestätigung. Hey, du bist talentiert, du hast es drauf, du musst dranbleiben. Und dass das Ganze nicht umsonst war. Also mir wurde auf jeden Fall viel Last von den Schultern gelegt, weil tatsächlich, was ich niemals gedacht hätte, der Tano mit den Wemerskarten ein bisschen rausgekommen ist. Ja, was soll ich dir sagen? Also meine Gedanken waren halt so, das muss nicht sein, weil wir haben das die ganze Zeit performt oben und haben halt so hart reingeschissen. Ich habe auch gesagt, fuck, das hat mich schon, also hat mich schon genervt. Ho, 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 die Performance, Bruder, das ist das Einzige, was mich abfuckt, das Einzige, was mich abfuckt, weil das Lied so stark war. Ich habe mich einmal versprochen und dann war mein Kopf in dieser, was habe ich gerade gesagt und dann komplett Blackout und dann habe ich einfach irgendwie gefreestylt, irgendwie da durchzukommen. Als die Entscheidung getroffen worden ist, habe ich mir gedacht, so eigentlich, okay, es ist klar, dass wir nicht mehr weiterkommen, weil es geht ja nicht mehr um, wer die krassesten Lieder abliefert, sondern wer einfach chokt und wir haben gechokt, das haben wir klar, dass wir halt nicht weiter sind ab diesem Moment. Und ich gönne es dem Jungs wirklich vom Herzen. Das sind sehr, sehr gute Jungs und alle auch krass auf deren Art und Weise. Also ich habe mir schon gedacht, so ganz logisch hier, wir sind jetzt die Top 8 und da ist jeder Atemzug sogar. Die Leute, wirklich jeder Atemzug kann jetzt zum Verhängnis werden, aber sonst so, die Jungs waren auf jeden Fall sehr stabil. Die will er jetzt verlassen, ja, ist auch ein Manko, aber ich bin auch irgendwo froh, auch wieder jetzt nach Hause zu kommen. Boah, ich war auf jeden Fall, also ich sage dir ganz ehrlich, wir waren ja gestern alle voll kaputt und irgendwie hat man dann den Ernst der Lage ein bisschen vergessen, weil man auch so voll läsch war und man wollte eigentlich nur schlafen und so, aber dann wurde es plötzlich wieder ernst und dann war man wieder voll da und dann kam man in die Top 4 und dann hast du erst realisiert, wie krass das eigentlich ist, Alter. Und auch, dass das Ganze bald ein Ende hat, weißt du? Das hat sich so endlos langgezogen, das war so voll geil, so voll die geile Reise. Und dann mit dem Einzug in der Top 4 wurde es so klar, so langsam hat es ein Ende, Alter. Ja, hier war immer, also du kannst nicht direkt glücklich sein, weil dann kommt dann halt immer direkt die nächste Aufgabe auf einen oder das nächste Problem, wie man damit zu handeln hat, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir sind auch spät in die Nacht ja auch mit den Performances gegangen, ich glaube, wir waren auch alle platt. Also für Freude war da keine Zeit, also wir sind einfach weiter konzentriert geblieben, zu gucken, was jetzt halt im Anschluss dann von der Entscheidung so bei uns passiert. Eine Sache haben wir noch zu verkünden. Ich habe Angst. Also Jungs, erstmal herzlichen Glückwunsch, ihr habt es in die Top 4 geschafft, das ist sehr, sehr stark. Also wirklich, ihr seid jetzt am Ende. Das ist das Ende, Ende. Das Ding ist, ihr wisst, wir haben noch zwei Tage hier in der Villa und wir suchen nicht die Top 4, sondern wir suchen die Top 3 Künstler, wenn wir die Villa verlassen werden. Das heißt, einer von euch wird auf jeden Fall noch aus der Challenge austreten müssen. Jetzt habe ich die Jungs gebeten, sich Gedanken darüber zu machen, wer von euch vier ins Generelle bis jetzt die stärkste Performance hatte während der ganzen Icon 4 Challenge. Das heißt, von eurer Qualifikation bis zur Performance heute. Ich weiß nicht, für wen die Jury sich entschieden hat. Ich würde euch jetzt bitten, uns zu sagen, wer diese Person ist, die ihr euch ausgesucht habt. Ich würde einmal bitten, Mowgli und San Andreas nach vorne zu treten. Also zu Mowgli muss ich wirklich sagen, egal wann ich unterwegs bin, im Garten oder wo auch immer, man findet Mowgli immer in Gebüschen, am Lernen, am Rappen, am Singen, was auch immer. Genau so, Bruder, genau so. Bei dir ist die Entwicklung am besten, aber die beste Performance hatte unserer Meinung nach San Andreas. Warte, 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 chill, 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 chill. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Das ist das gleiche Mal. San Andreas, du hast jetzt noch eine sehr, sehr schwere Entscheidung vor dir. Du musst jetzt entscheiden, welchen von diesen drei Künstlern hier du mit in die Top 3 nehmen möchtest. Die anderen zwei Künstler werden morgen nochmal ein Song Battle veranstalten, um für den vierten Platz zu kämpfen. Tatsächlich, ich konnte es mir noch nicht genau ausmalen, was da halt vor sich geht. Und ja, dann stand ich plötzlich vor Orbi, Mowgli und Hamdi und sollte dann halt auswählen, wen ich halt in die nächste Runde direkt wähle. Und ich wusste, der Hamdi war angeschlagen. Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt. Wie ist das so? Schönes Gefühl, ne? Vala, lass mich beruhigen. Ich mach kurz und knapp. Mowgli gehört auf jeden Fall in die Top 3. Mowgli gehört auf jeden Fall dahin. Ja, ich hab's geschafft, Mann. Lass mal was. Oder ich sag mal so, San Andreas ist die ganze Zeit mit Hamdi am Abhängen auch hier so in der Villa. Die sind ja so enger befreundet, weißt du? Ich hab gedacht, boah, Safi, ich gegen Orbi, ich hab schon Orbi angeguckt, ich hab gesagt, Bruder, wir beide, Wette, der hat auch schon so mit Kopf genickt, weißt du, was ich meine? So beide wollten eigentlich gar nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, also, ich war, also, man ist ja nur ein Mensch, wir sind alle nur Menschen. Und klar, ich war dann auch irgendwo enttäuscht so, ich hab mich ein bisschen scheiße gefühlt, aber was man auch dann bei San Andreas denken muss, ist, der war voll überfordert. Und dann hat der einfach, weil er sich unter Druck gefühlt hat, einfach Mowgli genommen, was aber auch keine schlechte Wahl war, auf keinen Fall. Aber ich denke, wenn San Andreas diesen Moment wieder neu machen könnte, dann hätte der auch anders gehandelt. Da bin ich mir eigentlich sicher. Ich wusste, der Hamdi war angeschlagen und tatsächlich tut mir das bis heute immer noch weh. Also, ich bereue es auch, diesen Punkt. San Andreas, du hast dich dafür entschieden, Mowgli mitzunehmen in die Top 3. Das heißt, ihr beide habt jetzt morgen auf jeden Fall nochmal einen sehr harten Tag vor euch. Also, Icon 4, es gibt kein Hamdi ohne San Andreas und es gibt kein San Andreas ohne Hamdi. So, und diesen Bruch habe ich tatsächlich gemacht und das tat mir auch sehr weh. Ich hatte dann den Mowgli gewählt, weil ich einfach rein analytisch, ich hatte dann meine Emotionen unterdrückt und bin rein analytisch gegangen. Ich hätte es euch gegönnt, auch mal sich einfach wenigstens auszuruhen und die Stimme zu schuhen, aber ihr müsst euch morgen nochmal ein letztes Mal beweisen. Der Obi ist doch mein Zimmernachbar, äh, mein Zimmergenosse sogar, wir pennen ja in einem gleichen Zimmer. Natürlich ist es nicht einfach. Mit Hamdi und Kiris habe ich die ganze Icon Staffel in einem Zimmer verbracht. Man schließt es ins Herz. Wir haben jeden Abend vom Schlafen genommen und miteinander gequatscht. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Der Gewinner des Battles bekommt jeweils das Kopfgeld des anderen Künstlers und zieht in die Top 3 an, wo ihr dann am letzten Tag nochmal einen Song für Dijüro performt habt. Okay? Das Battle ist jetzt nicht mit Hass, sondern es ist eher so ein brüderliches Battle. Das ist so ein, Bruder, wenn du gewinnst, dann gönne ich es dir. Wenn ich gewinne, dann gönnt er es mir. Ich weiß, Obi ist krank, er wird nicht einfach. Es wird auf keinen Fall einfach. Vor allem nicht mit meiner Stimme, aber ey, das ist wie gesagt, immer noch kein Grund, um aufzugeben, Alter. Icon4 ist ein Riesending und das haben wir auch heute Morgen, als wir aufgestanden sind, haben wir gesagt, hey Bruder, egal was heute ist, gell, so, wer dieses Geld mitnimmt, sei ihm gegönnt. Aber das sollte nicht das Miteinander oder die Stimmung irgendwie zerstören. Nein, ich bin voll ready, Alter, ich hab richtig Bock, ich bin nicht nervös, gar nicht. Die Proben liefen auch gut, ich hab voll Bock darauf. Ich bin da eigentlich relativ selbstsicher, ich weiß, was ich an den Start bringe. Mein Ding ist stark, sehr stark, ich stehe auch zu 100% dahinter. Ich hab Hamdesign-Ding auch schon gehört, ist natürlich Hamdi-Manier ganz klar stark. Aber ich denke, Konkurrenz ist auf jeden Fall da, also es ist jetzt nicht, dass es meins komplett in Licht stellt. Ich denke, es könnte schwer werden, weil Obi auch stark ist, aber ich weiß, dass ich mit meiner Leistung, die ich jetzt geben kann, zufrieden sein könnte, wenn alles nach Planen läuft. Jungs, heute geht's um den Einzug in die Top 3. Der San Andreas hat ja gestern sich dazu entschieden, den Moki auch mit in die direkte Top 3 zu nehmen. Somit müsst ihr heute battlen, Obi gegen Hamdi. Ich bin sehr, sehr gespannt, für wen wir uns am Ende entscheiden werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr hier heute performen werdet. Auf jeden Fall muss das ein sehr, sehr starker Song sein, Jungs. Und ich bin sehr gespannt, gebt euch Mühe, gebt alles und reißt ab. Viel Erfolg. Okay, Obi, bist du ready? Ich bin ready, ja. Okay. Viel zu selten hat ich Kohle für ein paar Krümel im East Pack. Ich riech Flex, nach der Schule mach ich mit Weed Cash. Benebelt von der Keule, nimm ein Zug und du fliegst jetzt. Träum, dass 100.000 in der Back von Celine steckt. Eis auf Ketten schmücken, nur noch dein Antlitz, ein Angriff. Zeigen Taten, dass du kein Mann bist, ein Angriff. Weil die Walter P. diesen Klang will. Ne Kugel in dein Kaffee, dass du weißt, dass ich krank bin. Hole nur noch Gras, denn das Paper her. Nur ein Zug, ich will's anders spüren. Guck ich dann zu dir, Shetan. Hab Vertrauen, auf das andere Tür. Papa meint, dass du schweigst, Nutte. Für ein paar Scheine, doch ich weiß, dass das nicht reicht, Nutte. Hab kein Vertrauen, deshalb tut's mir nicht leid, Nutte. Sorge, dass du schweigst, volles Magazin mit Flynote. Deutsche Rapper babbeln, dass ich 40 Milligage häufe. Gib mal Geld und ich zeig dir, wie der Hase läuft. Faker stehen im Fadenkreuz, überfall dein Laden heut. Viele tausend Euro, schnapp bestimmt, was ich dir sage, Boy. Zölfter Stock vor dem Eingang. 100 Bullen hatten vor der Tür. Es ist nachts, ich bin einsam. Ich weiß, Mama hat ein Ohr dafür. Zölfter Stock vor dem Eingang. 100 Bullen hatten vor der Tür. Es ist nachts, ich bin einsam. Ich weiß, Mama hat ein Ohr dafür. Zölfter Stock vor dem Eingang. 100 Bullen hatten vor der Tür. Es ist nachts, ich bin einsam. Ich weiß, Mama hat ein Ohr dafür. Zölfter Stock vor dem Eingang. 100 Bullen hatten vor der Tür. Es ist nachts, ich bin einsam. Ich weiß, Mama hat ein Ohr dafür. Zölfter Stock, mein Atelier. Und was wollen, weil ich Cash mache. Na, zerpack ich all den Schnee. Mama weiß, dass ich nur Pech hatte. Check it out. So, bevor wir was sagen, danke für deinen Auftritt. Wir würden gerne direkt den Auftritt von Hamdi dazu hören. So, bist du ready? Ja. Hamdi, wie geht es deiner Stimme? Auf jeden Fall besser als gestern, die Stimme. Okay, ja, ich hoffe, dass das diesmal halt wieder so gut ist wie davor. Ich hoffe, ich auch. Weil man hat gestern ein bisschen gewählt, dass du heißer warst. Wärst du nicht heißer, dann wüssten wir genau, was in dir gesteckt hätte. Dann wäre das geiler gekommen, ja, ich weiß. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird jetzt klappen. Das hoffe ich auch. Wie hast du dich eigentlich gefühlt, als du ausgewählt worden bist? Dass du heute nochmal auftreten musst für deine Top 3? Gut, also voll geil eigentlich. Ich hatte ja eh noch keinen Solo-Auftritt, also ist das eigentlich die perfekte Möglichkeit dafür. Ja, viel Spaß. Ja, danke schön. Hamdi! Okay. Okay, Hamdi. Bist du bereit? Ja. Dann würde ich sagen, let's go. Okay. Hamdi 5-2. Hör gut zu, Bruder. Okay. Brüder, gefangene Nacht an. Ich schlaufe, doch ich lande beim Anfang. Mein Bruder, ja, das ist die Strada. Misstraue neuen Leuten, sie kommen jetzt langsam. Unter meinen Brüdern waren falsche Menschen. Nichts wie früher, aber ich lasse mich testen. Lieber Gott will die Armut beenden. In der ich bin, hab keine Kraft zu verschwenden. Der Junge, der nie viel hatte, war immer unterwegs mit leerer Brieftasche. Bitte sag mir, wie soll ich Kies machen? Ohne Überfälle oder Spielhallen. Ha? Bitte sag mir, soll ich gerade bleiben, wenn am Ende des Monats das Geld fehlt? Wenn du Mama und Papa nicht lächeln siehst, weil die Sorge um Geld ihnen das Herz quält. Ha? Ja, da pült mir raus aus dem Teufelskreis, in dem ich mich gerade befinde. Zu viele Heuchler, weil sie wollten Freunde sein, aber bei schlechten Zeiten am Verschwinden. Weh. Weil ich sah selten Sonne unterm grauen Mantel der Straße. Und wegen der Kälte sollte ich so manches ertragen. Hey. Das Schurie. Ich werde bluten für meinen Traum. Oh, das Schurie. Ich hol uns beide hier irgendwann raus. Impressionär, Dollar, Rü. Wir sind gefangen aufs Land und die Zeit macht mich langsam verrückt. Ich hol uns beide hier irgendwann raus. Samr, was soll ich sagen? Spar die Träne für ein anderes Mal. Komm mir nicht weg von der Straße. All die Wege sind rabenschwarz. Ich komm von unten wie ein Erdbeben. Was willst du mir denn schon erzählen? Ich arbeite seit ich 13 bin, doch habe kein Geld und dann habe nur Pechtränen. Ich spüre, dass ihr langsam traurig seid, weil sich in unserem Leben nichts ändert. Doch ich schwöre bei Gott, ich geb alles dafür, nur damit es sich bessert. Deshalb hab ich fast jeden Job hinter mir. Zeitung austragen, ein Kinderspiel plus. PK putzen, baue mal keinen an, aber stecke noch immer hier. Ja, da pifft mich raus aus dem Teufelskreis, in dem ich gerade mein Herz verliere. Hab Habitur in der Tasche, doch trotzdem fehlt mir eine Perspektive. Weil ich sah selten Sonne unterm grauen Mantel der Straße. Und wegen der Kälte sollte ich so manches ertragen. Das Schurie, ich werde bluten für meinen Traum. Oh, das Schurie, ich hol uns beide hier irgendwann raus. Prisioniert und La Rue, wir sind gefangen aufs Land und die Zeit macht mich langsam verrückt. Ich hol uns beide hier irgendwann raus. Das Schurie, ich werde bluten für meinen Traum. Oh, das Schurie, ich hol uns beide hier irgendwann raus. Prisioniert und La Rue, wir sind gefangen aufs Land und die Zeit macht mich langsam verrückt. Ich hol uns beide hier irgendwann raus. Obbi, Hamdi, danke für eure Auftritte. Wir werden uns als Jury jetzt zurückziehen und unsere Entscheidung in den nächsten 10 bis 15 Minuten treffen. Und dann werden wir uns hier nochmal versammeln und euch dann sagen, wer von euch beiden in die Top 3 einzieht. Okay, korrekt. Alles klar. So Jungs, wir haben uns beide Auftritte angehört, Obbi und Hamdi. Ich muss sagen, Obbi hat mich überrascht mit der Hook. Ja, auf jeden Fall. Der hat das umgesetzt, was wir gestern leicht kritisiert hatten. Ich fand das nicht mal, also dafür, dass er wirklich kein Sänger ist, hat er es wirklich sehr gut gemacht. Das hat sich gut angehört. Bruder, an sich lief gut. Ich muss ehrlich sagen, wir haben beide abgeliefert. Ich kann von mir reden, ich habe mein Bestes gegeben. Das ist einer meiner Favorite Songs. Den habe ich hier für Icon extra behalten. Der ist unreleased. Ich finde, das war auch einer der Besten, die er bis jetzt gebracht hat. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber ich war in seinem ersten Part. Nicht zufrieden. Was sagst du zum dritten Part? Ich fand, der besten Part war der dritte. Der dritte kam ja auch bekannt. Ja, das hat er da auf der Bühne im Freestyle, glaube ich, gemacht. Ich glaube, der hat dann Piraten Lines von Recycled. Ja, zum Beispiel mit Pisse und Richard Pisse und ich habe die aus der Warschule. Aber sehr stark und leid war das, ja. Ich finde ihn aber persönlich brutal stark. Der hat Message, der hat Power, der hat Energie, der hat einen schönen Refrain. Und ich denke, der kann auf jeden Fall mit dem Song von Hamdi mithalten. Hamdi war stark, keine Frage. Ich liebe Hamdi seine Stimme. Das ist so, entweder man mag oder man mag nicht. Kommen wir zu Hamdi. Was sagt ihr? Rap-Parts waren stark. Die Lyrik war geil, Alter. Ja. Es war Power drin, es war Gefühl drin. Und es waren wieder Lines, die auf sich bezogen waren. Ja. Mit Abitur, aber keine Perspektive. Perspektive. Also er macht nicht wieder dieses, ich mache auf Gangster, sondern so Realität auf sich bezogen. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Und jetzt liegt es aber nicht mehr in unserer Hand. Jetzt liegt es in der Hand der Jury. Aber auch bei ihm, sage ich euch so, ich fand den zweiten Part auch viel stärker und viel sicherer als der erste Part, den er gebracht hat. Obwohl er angeschlagen ist, ne? Ja, angeschlagen. Der erste Part ist ein bisschen runtergegangen für mich. Im Gegensatz zum zweiten. Für mich wird das ziemlich schwierig zu entscheiden. Sehr, sehr eng und knapp, ne? Gerade weil Obi einfach heute zum ersten Mal einen sehr guten Huckab geliefert hat, meiner Meinung nach. Das wird eine enge Entscheidung. Das wird eine harte Entscheidung, ja, Mann. Ich bin jetzt da, extra für diesen Moment, damit ich ihn rette. Moin. Moin, Mann. Aber an sich, wir sind entspannt. Du übertreibst nicht. Obi und Hamdi, ihr habt eure Auftritte hinter euch gebracht. Seid ihr zufrieden? Wie fühlt ihr euch? Wie geht es euch? Ich kann von meinem Auftritt reden. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, ich habe abgeliefert. Das war ein Herzenssong von mir, den ich persönlich auch sehr, sehr feiere und dahinterstehe. Und den habe ich so gut performt, wie es ging. Und kann mit gutem Gedanken heute schlafen gehen. Ja, ich kann mich der Obi eigentlich nur anschließen. Also ich bin auch zufrieden mit meiner Leistung. Trotz heiserer Stimme sowas hinzubekommen, ja. Das Problem ist jetzt, ihr zwei habt echt einen sehr, sehr guten Auftritt gemacht. Und das ist halt schade, dass einer von euch nur in die Top 3 kommt. So gesehen sehe ich euch beide irgendwo in der Top 3. Aber es reicht halt leider nur für einen. Obi, ich bin ziemlich überrascht über deine heutige Hook, die du gemacht hast. Das war zum ersten Mal eine Hook, wo ich sagen muss, also Respekt dafür, hätte ich nicht mit gerechnet. Das war meiner Meinung nach die beste Hook, die du in dem ganzen Verlauf dieser Challenge abgeliefert hast. Das war auf jeden Fall sehr stark. Dankeschön. Abgesehen davon fand ich deinen zweiten Part am besten. Und vor allem die Betonung, wie du die Wörter betont hast. Das hat mir einfach die Flashbacks gegeben zu einer deiner ersten Runden. Und da hat sie auch diese druckvolle Aussprache einfach und das fand ich sehr, sehr stark. Bei Hamdi ist das, man hat gemerkt, dass du wieder wirklich dich erholt hast mit deiner Stimme. Also hat sich auf jeden Fall wieder geil angehört in der Hook. Dankeschön. Klar ist es jetzt nicht bei 100%, aber sagen wir so 70, 80% war auf jeden Fall da und es hat sich trotzdem sehr, sehr gut angehört. Und ich fand halt deine Lyrik sehr, sehr geil. Du bist auf gute Dinge wieder eingegangen, hier mit dem Abitur und trotzdem keine Perspektive und sonst was. Ich mag das, wovon du erzählst. Und wenn ich, bei deiner Musik ist das so, ich höre die und kann mich einfach so nach hinten lehnen und einfach frei sein. Weißt du, das zieht mich mit, diese Emotionen immer. Weißt du? Das war wie bei Obi auch ein Herzenssong von mir eigentlich. Hamdi, ich finde auch wieder sehr gute Melodien, die du heute gebracht hast im Refrain. Tatsächlich finde ich deinen zweiten Part viel stärker als der erste. Da war irgendwie, man hat gemerkt, da warst du viel konzentrierter. Also eine gute Atmosphäre bei deinen Songs ist oft so, wenn ich die höre, ich kann mich auch gut hineinversetzen, wenn du du rüberbringst vom Gefühltechnischen her. Der erste Part war nicht so besonders, muss ich dir sagen. Okay. Da war der zweite Part viel stärker. Jungs, ihr beide könnt auf jeden Fall sehr stolz auf euch sein. Ihr seid sehr, sehr weit gekommen. Von 500 Teilnehmern seid ihr unter den besten vier. Und das ist auf jeden Fall schon eine starke Leistung, die ihr hier gebracht habt. Ihr seid über euch hinausgegangen und habt ihr sehr viel Leistung abgeliefert. Aber für einen von euch beiden wird hier der Traum vom I-Icon-4-Gewinner beendet sein. Es war sehr schwer für uns wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass derjenige, der in die Top 3 reinkommen wird, ist Hamdi. Hamdi. Robi, damit wirst du leider ziemlich auf Null gebracht. Und deswegen bitten wir dich, dein Kopfgeld, den Hamdi, zu überreichen. Robi, ich übergebe dir das Kopfgeld. Hier hast du Niasin, seine Seele. Hier hast du Bobby, seine Seele. Hier hast du Dorian, seine Seele. Hamdi, guck, dass du auf jeden Fall jetzt in den nächsten paar Stunden nicht beklaut wirst. Also versuch dein Kopfgeld schön. Das gibt's nicht. Alles klar. Wir bedanken uns nochmal für diesen Auftritt. Das war wirklich sehr cool, was ihr gemacht habt. Das war wirklich sehr stark von euch beiden. Und damit sei alles gesagt. Vielen Dank. Weißt du, was interessant ist? Warte mal. Letzt mich mal ganz kurz überlegen. Hamdi, Top 3, Mowgli Top 3, San Andreas Top 3. Was ist mit Team Xando? 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 Xando ist von der Kamera. Team Xando! Team Xando! Team Xando! Team Xando! Team Xando! Aber ey! Oh mein Gott! Team Xando! Team Xando! Team Xando! Ura! Ist wieder mal den Hauptseitag gefahren! Globoisider, die Kopfhörn überall! Schöpfe! Nur Gold! Und außerdem noch eins! Legenden sind erst Legenden, wenn sie nicht mehr da sind. Wenn sie nicht mehr da sind, wenn sie nicht mehr da sind, wenn sie nicht mehr da sind. Kannst du mir einfach schicken? Irgendwann irgendwie? Ja, da ist es offen. Ja, da ist es offen. Der San Andreas wäre gerne in meiner Seite. Ich sehe das jetzt. Ich habe die Schrauben. Ich habe die Schrauben. Ja, frag den mal, ob das geht. Ich wäre so in zwei Stunden da. Auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid, Kovas. Auch ein Bobby Van Damme muss irgendwann die Villa verlassen. Was soll ich euch sagen? Komm alle! Komm alle! Hallo! Hat uns geklappt, Adrien! Hallo! 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 Stefan, dich habe ich am meisten gemocht, mein Bruder. Die Challenge, so knapp von der Top 4 verlassen zu müssen, ist schade. Aber ganz ehrlich, wir haben voll reingeschissen. Ich höre mal, sie haben gestern reingeschissen. Halt's auf, wie ihr das seht. Seid nicht böse. Ich habe jetzt ein paar krasse Lieder hier gemacht, finde ich. Und das ist das, was ich eigentlich... Ich bin sowieso gerade überfordert mit der Lage. Und ich glaube, wenn ich weiter gewesen wäre, hätte ich heute, glaube ich, nicht mehr abgerissen. Und meine Stimme macht auch echt nicht mehr mit. Gar nichts macht mit mehr bei mir. Deswegen finde ich das nicht so schlimm, dass ich nicht weitergekommen bin. Weil dann wäre ich spätestens jetzt nicht weitergekommen. Wenn ich weitergekommen wäre, dann wäre ich jetzt nicht weitergekommen. Es muss eine Entscheidung fallen und da ist dann tatsächlich nur noch Geschmackssache gefragt. Weil nehme ich auch niemandem übel. Weil am Ende des Tages, wenn wirklich zwei starke Artists da sind, Da ist es dann schwer, denen böse zu sein, wenn sie sagen, OBI, für dich ist dann heute vorbei. Ich habe die Jungs absolut lieb gewonnen. Ich habe wirklich geile Jungs kennengelernt. Absolute Herzensleute. Bei ICAN bedanke ich mich für die Plattform, die uns geboten wird. ICAN ist ein super Ding. Ihr investiert viel Kraft, viel Zeit, viele Emotionen, viele Nerven. Das ist alles verrückt hier, was ihr da auf die Beine stellt. Ich bin tatsächlich an mein Limit gekommen. Das ganze ICAN hat mich auch noch mal motiviert, weiter Mucke zu machen. Das war für mich eigentlich nur noch so eine Nebensache. Ich danke jedem Einzelnen für die ganzen Nachrichten. Ihr seid wirklich, wirklich geil. Das motiviert total. Ich danke ICAN für die ganze Plattform. Eine riesige Chance gegeben. Supportet immer weiter. Vor allem Leute aus eurer Gegend, da bin ich ganz hinterher. Frankfurt, Offenbach. 069 bleibt die Macht. Dietzenbach Connect. Easy. Hey, Ibra! Ibra, wo geht's? Löff mich raus, ich taug zu nichts. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Die Stimme ist nicht mehr da. Ich tauge nicht für Eiken. Rezept von Obi. Warte. Das ist der beste Aufstrich. Das ist von einem Schaf, Bruder. Lat, wer ist dieses Schaf? Ich hab aus Polen raus holt dieses Schaf. Ich hab dieses Schaf genommen. Ich hab so gemacht. So. Das kam raus. Das ist ein Schaf. Das ist ein Schaf. Toll, Alter. Du alter Kamerawensch. Guck mal. Guck dir mal diese Zimmer an. Das hier war das Katastrophenzimmer. Damit ihr wisst, wir haben 8 Chaoten drin geschlafen in diesem Zimmer. Boah, wieso liegen da Chicken Wings in der Patepfanne? Bude. Ihr seid jetzt Top 3. Ihr werdet die nächsten 12 Stunden komplett unter die Lupe genommen. Cool. Jungs, ich muss sagen, aus all den Zimmern ist das Zimmer hier noch das ordentlichste. Also hier stinkt es nicht noch Bier, hier sind keine Essensreste. Ich muss sagen, ihr habt euch richtig Mühe gegeben. Ich hab da einfach alles unter das Bett gefeckt. Echt? Echt? Alter, wie war es? Jetzt war deine erste Nacht alleine in dem Zimmer. Wie war es? Voll seltsam. Ich schwöre es hier. Der Tano lag hier. Und hat dann mal die 18 Lackkicks bekommen und hat dann hier gegen ihn... Und er hat die ganzen Leute geweckt mit dieser Nacht. Ich schwöre auf alles. Ja gut, bist du bereit für deinen letzten Tag heute? Letzter Tag, ja. Ich bin ready. Also Jungs, willkommen beim finalen Tag von Icon 4. Ihr seid die drei Finalisten, ihr habt es bis ganz zum Ende geschafft. Jeder einzelne, der hier steht, kann auf jeden Fall sehr stolz auf sich sein. Das Kopfgeld, was ihr jetzt um den Hals tragt, ist euers. Das ist auch das Geld, was ihr am Ende von Icon 4 ausgezahlt bekommt. Heute müsst ihr nicht nur die Jury, sondern auch tausende von Zuschauern da draußen überzeugen, dass ihr den ersten Platz verdient habt. Ihr hattet jetzt die ganze Nacht Zeit, euch vorzubereiten und einen Text zu schreiben. Und ihr werdet jetzt gleich auch nochmal ein paar Stunden bekommen, den Song eures Lebens rauszuhauen. Ich erwarte von euch, dass ihr jetzt nochmal alles geben und eure Reserven rauskratzen werdet. Und den Zuschauern da draußen beweist, dass wir und die Jury die richtige Entscheidung mit euch dreien getroffen haben. Damit gesagt, wünsche ich euch viel Glück und viel Erfolg. So was heißt verändert, Bruder? Ich bin immer noch der Gleiche wie vorher. Aber natürlich, ich habe jetzt so ein paar Einblicke bekommen. Auch so hier den Luxus, Bruder. So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich geil, Bruder, dass wir hier sind. Die Erfahrung in sich war auch geil, Bruder. Ich habe gesehen, andere Künstler, wie die ihre Texte schreiben, Bruder. Wie die vorgehen beim Schreiben. Da nimmst du ein bisschen was mit. Da hörst du dir paar Melos an. Wie kommen die Leute auf ihre Melodien, Bruder? Da hast du von jedem Künstler ein wenig mitgebracht, Bruder mitgenommen. Jeder hat was mitgebracht. Alles was man, die Tage, wofür ich mich im Zimmer isoliert habe, mit Beats eingeschlafen bin, mit Beats aufgewacht bin. Bei mir, wie der Jandro sagt, bei mir auf Klosas meine Gartos geballert habe. Parallel, weil ohne Zigaretten keine Zeilen. Diese Tage haben sich einfach ausgezahlt. Also die ganze Zeit dieses Freestylen. Und hier und Beats suchen und Druck suchen. Und das hat sich endlich ausgezahlt, dass man da das erste Mal steht und sagt, so, man hat es einfach gerissen. Ich bin mit der Intention hergegangen, um mein Bestes zu geben. Und so wie Gott wollte, so hat sich das dann auch bezahlbar gemacht. Zu Hause hast du nur deinen eigenen Kopf. Deine eigene Melodien. Ist ja auch nicht schlecht. Aber, Bruder, wenn du hier arbeitest mit Leuten, die auch weiter als du sind, dann entwickelst du dich selber auch viel weiter. Beispiel, Dorian hat auch manchmal so richtig abgespacede Melodien gehabt, wo du denkst, wow, das kannst du ja auch so in der Art singen und so übernehmen. Nicht komplett, aber dich inspirieren lassen. Und wo ich in der Gruppe mit dem war, dachte ich mir auch, jawoll, jetzt kann ich sowas mitnehmen davon. Weißt du, was ich meine? Jetzt kann ich lernen. Die Villa ist einfach dafür da, dass sich ein Künstler entwickelt. 100 Prozent. Und wer sich hier nicht entwickelt, der wollte einfach nicht. Also als ich hier reinkam, ich war auch erstmal voll sprachlos und habe in jede Ecke geguckt, alles am glänzen und riesengroß. Und als ich einfach rausgegangen bin, ich habe mir einfach gedacht, ey, diese Woche wird übertrieben schön, aber auch übertrieben hart. Aber ich muss sagen, das war für mich die schönste Woche, die wir in unserer YouTube-Karriere, sag ich mal, Laufbahn so erlebt haben. Dafür sind wir euch auch sehr, sehr dankbar, den Jungs von MADE, Colin und Sandro, dass ihr uns da hinzugezogen habt, uns euer Vertrauen geschenkt habt. Und dass wir hier auch mit euch sein durften, Erfahrungen sammeln durften, das ist viel wert und wir nehmen extrem viel mit einfach. Dafür sind wir euch dankbar, Jungs. Ich bin auch übrigens froh, dass ich mit euch zusammen sitzen durfte. Ich habe von euch auch vieles gelernt, wie gesagt. Echt? Ja, schon. Ihr macht also sehr viele Videos. Für mich ist es auch ziemlich neu. Und jetzt bis zum Ende ist schon so ein gutes Erlebnis und dann habe ich so zwei stabile Jungs hier an meiner Seite. War schon nice. So, die Stimme ist leider ein bisschen aufgebraucht, wie man es vermutlich schon hören kann. Ich muss Text schreiben, letzte Runde. Ich sage euch ehrlich, meine Freunde, ich habe nichts mehr, gar nichts mehr. Alle Texte aufgebraucht. Gestern habe ich mir noch irgendwie einen aus der Schulter gezaubert. Nee, den habe ich gestern frisch noch zusammengekritzelt. Bisschen da gepuzzelt, da. Jetzt geht kein Puzzle mehr. Das Puzzle ist aufgebraucht. Das Puzzle ist zu Ende. Muss ein neues anfangen. Ich muss nicht mal weiterschreiben jetzt. Ja. Aber ich habe eine gute Idee. Und das wird auf jeden Fall. Meine Stimme ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Also ich habe probiert, aber es geht. Eigentlich geht alles, Wallah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, achten, neunzehn. Zwanzig. Das sind zwanzig eigentlich. Was man erzählt, glaube ich. Dein Arsch ist gerade 2.000 Euro wert? Ich habe jetzt gerade schon was geschrieben, was richtig geil kommt. Aber was richtig heftig kommt. So auf emotionaler Ebene ein bisschen. Weißt du? So haben mich die Leute kennengelernt oder so haben mich die Leute auch lieben gelernt, glaube ich. Und die wollen den haben die hören. Oder wie der da Gas gibt. Ich glaube, diesen Track, den ich heute performen werde, der beschreibt San Andreas. Jetzt erstmal zu dem Standpunkt, wo wir jetzt sind. Der ganze Weg dahin. Es kommt auf jeden Fall ein Brett und ihr werdet mich sehr detailliert kennenlernen. Das war ein schöner Abschluss. Der perfekte Abschluss. Der fällt gleich auf den Boden. Liebe Zuschauer, ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Finale von Icon 4. Wir möchten uns an erster Stelle bei allen von euch bedanken für den ganzen Support und vielen vielen Dank auch fürs Zuschauen. An erster Linie hoffen wir natürlich, dass ihr auch in Zukunft einschalten werdet bei den nächsten Icon Episoden. Wir möchten uns auch herzlich bedanken bei all den Künstlern, die bei Icon 4 mitgemacht haben. Das ganze Team, die ganze Regie, alles drumherum dran. Und erstmal möchte ich mich auch bei euch bedanken, dass ihr auf jeden Fall diese Aufgabe mit mir gemeistert habt. Es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Auch mal lieben Dank an Colin, der hinter der Kulisse steht, der das Ganze geplant hat. Und es war für uns ein Riesenerlebnis, hier zu stehen mit so talentierten Künstlern. Und ich bin froh, dass wir dabei sein durften. Und Dankeschön an der Stelle auch an das Team von Made2Create für das Vertrauen in uns beiden. Und ich denke, das wird uns auf dem Weg auf jeden Fall weiterhelfen. Dankeschön. Die Top 3 Künstler werden jetzt noch zum letzten Mal ihren Song performen. Wir als Jury werden das nicht mehr bewerten, sondern abtreten und euch die Entscheidung überlassen da draußen, welchen Künstler ihr am besten fandet. Deswegen ist es ganz wichtig für euch, dass ihr jetzt genau zuhört, was diese Künstler zu bieten haben, damit ihr auch die beste Entscheidung trifft. Den Link zur Abstimmung findet ihr unten in der Beschreibung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr da draufklickt und für euren Lieblingskünstler votet. Der Gewinner der Top 3 wird dann in der Live-Show gekrönt. Den Link zu den Tickets findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünschen wir den Künstlern noch ein letztes Mal viel Glück und viel Erfolg. Also, Jungs und Mädels, die auch das hier machen wollen. Und ihr seht mich jetzt auf YouTube, ne? Aber ich bin genau wie ihr. Ich bin selber froh, wenn ich zuhause bin und dann einfach mit kurzen Hosen in mein Bett chillen kann und einfach Ruhe habe. Ich bin niemand. Und ihr könnt das, was ich hier gemacht habe, auch machen. Kommt einfach hier hin und guckt, was passiert. Ich schwöre auf Allah, ich hätte niemals gedacht, dass ich das gewinne hätte. Niemals. Niemals. Vor allem bei der Konkurrenz. Bruder, ich hab gegen N-Bobby, gegen Tano, gegen Obi, Bruder, gegen Monster. Ich hab mich gegen Monster durchgesetzt. Aber das könnt ihr auch, Wallah. Ihr müsst nur die Eier dazu haben, hinzukommen. Und die Nerven dazu haben, diesen Druckstand zu halten, Bruder. Das geht jeder hin. Jeder, der es drauf hat. So. Ich hab mich gegen Niemals, das war ein bisschen super. Äh. Und ich raus aus der Siedlung und aus meinem Blog. Äh. Und ich raus aus der Siedlung und aus meinem Blog. Äh. Und ich raus aus meinem Blog. Äh. Und wir haben die fünf zwei. Icon vier für Langenfeld. Hör gut zu. Damit wir uns da mal verstehen Es tut mir leid für den ganzen Pain Es tut mir leid für die ganzen Tränen Ja, ich weiß, diese Zeit war nicht angenehm Ihr wisst genau Ich komm von Hass und Elend, komm euch warm entgegen Aber das, was ich sah, waren kalte Seelen Unverwandter, der sagt, dass sich alle schämen Für mich den Purple Rain, für euch den Golden Shower Leg mich alleine in den Weg, ich baue hohe Mauern Ich ertränke in Ideen, doch ich merke, wie sie fehlen Wenn ich mir wieder gestehe, dass mich der Block beschauert Ah, alles abgefuckt in meiner Sinn Ich hab' nie abgepackt, bei mir wurde früh klar Dass diesen Weg, den sie gehen, nur geprägt ist von Lügnern Ah, wieder Kriminal Unterwegs in der Nacht, sie fliehen vor Polizia Sag, wie lang bin ich gefahren? Hol mich raus aus der Siedlung und aus meinem Blog Ich steck' keine Kilos, sie fick' in meinen Kopf Wir haben zu wenig, doch Bruder, mehr geht nicht Und ich schwer auf alles, ich mach euch teils Sie jagen Mola mit einer Straftat Glaub mir, Bruder, ich brauche Bada So ist das Leben auf meiner Strada Lebe in der Gegend mit totem Respekt Brüder versinken im Drogengeschäft Mir folgte das Pech Drei-Zimmer-Wohnung, mein Brake, ein Nobel-Hotel Nein, ich geh den geraden Weg, kriege nur Kopfwix Weil ich will Bares sehen, aber es kommt nix Ich möchte aufgeben, doch tu es doch nicht Damit mein Bruder weiß, haben die den Stab nichts Nein, scheitern, abflüstern, er will mich auf seine Bahn Bruder, wie komm ich am Vater, hab keinen Plan Jetzt bin ich relevant, damals zur zweite Wahl Wo sind diese Stimmen von damals, sie sagten peinlich Wo sind diese Stimmen von damals, sie sagten reich nicht Heute zeigt die Einsicht, du weißt, dass ich die Eins bin Ah, 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 wieder Kriminal Unterwegs in der Nacht, sie fliehen vor Polizia Sag wie lang bin ich gefahren Hol mich hier raus aus der Siedlung und aus meinem Blog Ich steck keine Kilos, die fick in meinen Kopf Wir haben zu wenig, doch Bruder, mehr geht nicht Und ich will auf alles, ich mach euch stolz Sie jagen Mola mit einer Straftat Bruder, glaub mir, ich brauche Paras So ist das Leben auf meiner Straftat Hol mich raus aus der Siedlung und aus meinem Blog Ich steck keine Kilos, die fick in meinen Kopf Wir haben zu wenig, doch Bruder, mehr geht nicht Und ich will auf alles, ich mach euch stolz Sie jagen Mola mit einer Straftat Bruder, glaub mir, ich brauche Paras So ist das Leben auf meiner Straftat Ah, 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 ah Das waren die 5-2 Ich danke euch Tschüss Bruder, du weißt noch, wo ich das erste Mal bei euch war Und reingekommen bin, Bruder Und da hab ich mein Ding durchgezogen Mit der quietschigen Stimme von Anfang bis Ende Ah, 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 Bruder, weißt du? Da bin ich noch richtig abgegangen, Bruder So in dem Moment, Bruder, hätte ich mir gar nicht so gedacht Dass ich so weit selber schaffe, weißt du? So, ich denke, ich spreche gerade für jeden, der mit Musik anfängt Oder Musik macht, Bruder Du musst doch den ersten Schritt machen, Bro Ich sag's dir Der erste Schritt ist zwar der schwerste, aber Das wird sich am Ende immer aussagen Ich sag's euch Nur von schlafen und zu Hause abhängen Werdet ihr niemals reich Kommt zu ICON5, Bruder Ich kann's euch nur empfehlen Ihr konntet noch ein bisschen die Nerven rauben Das tut gut Die Leute drehen ja alle durch, Mann Und ja Ja, aber es ist noch ein schönes Tag Mowgli Heute kein Cent und morgen auch nicht Der Grund, warum der Bulle klopft Der Grund, warum die Faust spricht Warum hier der Stärkste in der Siedlung auch bricht Ausdrücklich erwähnt, dass seine Abschiebung in Kraft tritt Mama, leider sind wir kriminal Weil wir viel zu lange lebten hier auf Minimal Mach pur, bring die Tüten mit Fang für Mama Während sie zweite Schicht drückt viel wenig Para Drückt das Gaspedal durch auf der Flucht vor Amja Samu landete Haft, weil er die Krise satt hat Muss riskieren Maske tief, wir sind Diebe Vertrau besser keinem, weil dich Freunde bekriegen Für den Wohlstand Haben wir zu viel riskiert Brüder, weg und fragt mich, ob sich's gelohnt hat Alle inhaftiert, jeden trifft es irgendwann Denn es dreht sich um Bader, Bader Alles dreht sich um Bader, Bader Weil wir alle noch nicht satt sind Zeitarbeit in Nachtschicht Und nur der Shetan, der dir ein Rat gibt Oh Bader, Bader Alles dreht sich um Bader, Bader Weil wir alle noch nicht satt sind Zeitarbeit in Nachtschicht Und nur der Shetan, der dir ein Rat gibt Machen Geld mit Drogendeal Junkies, die hier Drogen nehmen Füllen Magen und mein Portemonnaie Ohne Geld heißt es tote Träter Wir wollen Schlangenleder Pack auf Gameboy Bader Das war Game Minimal Digital, tiefer Fall Nachdem mein Bruder zähle, Sasa Ich zieh wie sie überall Im Batimont Wechsel steht sein Appartement Verzichte auf ein reines Herz Weil dieses nur Verrat bekommt Geld im Schuhkarton Mama findet, fragt von wo Die Antwort wird ihr nicht gefallen Weshalb ich nicht zu Hause wohne Ist halt so Mein Herz wurde zu klein Holz weiß nicht warum ich wein soll Sehe ich Junkies, die den Schein rollen Für den Wohlstand Haben wir zu viel riskiert Brüder weg und fragt mich Ob sie's gelohnt hat Alle inhaftiert Jeden trifft es irgendwann Denn es dreht sich um Bader Bader Alles dreht sich um Bader Bader Weil wir alle noch nicht satt sind Zeitarbeit in Nachtschicht Und nur der Shetan, der dir ein Rat gibt Oh Bader Bader Alles dreht sich um Bader Bader Weil wir alle noch nicht satt sind Zeitarbeit in Nachtschicht Und nur der Shetan, der dir ein Rat gibt Oh Oh Leute Einen riesen Dank an Eikind4 Hat mich gefreut hier zu sein Ich hoffe ihr pusht die Scheiße bis zum Tod Seid dabei Wenn's nächstes Jahr wieder weiter geht Oh Mowgli Auf jeden Fall meine ersten Texte Ich weiß nicht wie alt war ich da 14, 15 So Und davor halt schon Man hat mit Freestyle angefangen Und später hat man sich seriös an die Texte gesetzt Dann fing's halt an Man hat die ganze Zeit Gas gegeben Dann kam Instalent irgendwann Das war so der erste Moment Wo man sich auch mal beweisen muss Weil es ist ein Unterschied vor seinen Kollegen Oder in der Shisha war vor den Jungs zu rappen Als wenn man dann beispielsweise vor einem Fahrrad Dann das erste Mal steht Und dann sieht Boah Da sind auf jeden Fall die dicken Eier erstmal klein geworden Ich hab tatsächlich gedacht Instalent wär härter als Icon Aber die Villa war auf jeden Fall Das war also Ich sag jeden Falls es eines Tages noch ein Icon geben wird Leute Wenn ihr hier am Ende des Tages steht Ich krieg sogar Gänsehaut Und ihr wirklich jedes Mal konzentriert hier gewesen seid Hier sind viele Sachen die euch ablenken Es gibt einen super Jacuzzi Es gibt einen Behindertenpool Du kannst hier im Dschungel Kannst du ein bisschen sich abkühlen von der Hitze Aber wenn du den Film behältst Weil du an deinen Traum glaubst Und den Fokus behältst Dann wirst du auch hier entlohnt Das war auch meine Sache Ich lass mich meine Jungs hängen Die gerade noch in die Nachtschicht gehen Und meine Schwester Die nach mehreren Lungen im Bolin noch krank zu Hause sitzt Und das kann ich mit mir nicht vereinbaren In den Pool zu springen Während die ganzen Parteien da am Hustlen sind Und Rap gleich leben Also ohne Rap Das kann ich mir nicht mehr vorstellen Also Leute Egal ob ihr nicht Rapper werden wollt Selbst wenn ihr einfach nur der beste Kellner Auf dieser Erde sein wollt Dann seid der beste Kellner Und bringt Menschen zum Lachen Wenn ihr Müllabfuhr arbeitet Guckt das jetzt 20 Second packt Damit ihr dann irgendwann auch nur noch im Büro sitzen könnt Gebt immer Gas Egal in welcher Situation ihr seid Ihr könnt immer euer Maximum rausholen Der andere macht 5 Stunden Dann machst du 10 Stunden 10 Stunden 20 Stunden Du verdoppelst immer mehr Du willst immer der Beste sein Egal was du machst Du musst der Beste sein Und mit dieser Intention Verabschiede ich mich So Gebt auf jeden Fall Gas Ich bedanke mich bei jedem Supporter Und zu Andreas Willkommen San Andreas 5 2 Du wirst Bescheid Top 3 Top 3 Die Taten Die Taten Ich pack doch unsere Helden Sind alle schon tot Was ist hier los Wir wurden von Armut verschont Aber draußen da warten Millionen Auf ihren Turn Auf ihren Peace Auf eine Besserung Alles zerstört Haben noch Krieg Aber auch sie Wollen die Wände vom Krisengebiet Hungernde Kids Fragt die MX Er wusste auch Es geht nur darum da draußen Sagt wer von den Rappern Hat dickere Bündel Das wetterer Hose Strang wohl die Rap Mit ihrer Chain Sixty Baguettes Ich hänge sie auf Drücke die Wurme grad tiefen Die Kehle von Rapper Mit einem verlängerten Lauf Ich hatte damals den besseren Sound Ich hatte damals den besseren Flow Wer will mich ficken Mich könnt gerne ficken Ich glaube die Rapper Die merken das aus Die wussten das eine kam aus der Bedeckung Doch immer war Money für Studio low Klar nie mehr auf Aber Rap nicht so laut Dann beschweren sich Nachbarn Die unter uns wohnen Ging mit den Hunger in Studios Aber mein Bruder Ich kam nie gesättigter raus Schrieb auf den Zettel die Texte Und dachte dann Dass man für Rap einen Manager braucht Sah nur die Klebeverträge Das Cache in den Augen Sie wussten genau Ich war broke Klauten darauf meine Beats Meine Texte Bei vielen da draußen ist alles nur Show Jahrige Hustle Nur für meine Träume Damit ich eines Tages sagen kann Rappen war nur meine einzige Stärke Doch damit hat nun alles angefangen Rest in Peace an deine Rap Von Panisch wie wie ManCity In der Champions-Klasse Weil die Rapper nie auf meinem Level waren Damals Graffiti an alle Wände malen Heute Fake-Screams Die ihren Bands erzahlen Pusten Handy-Videos mit Eskort-Damen Weil die echt nie in ihren Leben passen Abmengen Read in ihren Fendi-Taschen Meck nun denkt in ihrer Back-Schublade Doch ich kenne sie wie meine Westentasche Like ich schränke sie mit einer rechten Gerade Richtung Tennessee Mit ihrer Jackie Fahner Und die Neo kann man potzen da draußen Nur in eine Bälle But könnt ihr mal Welle machen Rest in Peace Exquisite Exklusiv für all deine Member Den ich komme Den ich CT überrolle Deine Gammel, Liga-Bandement Palamiere weiter dann besonders über deine Bodypuppe Meine Mucke und Verfolge Meine Träume bis zum Limitkiller Alle meine Gegner, meine Söhne, meine Fehler Jede Ratte, jede Note will mich schwecken Aber keiner kann mich schwecken Lade von das Magazin In meiner Wurm und Waller Über hundert Bullets auf die Szene Jeder Kili wie die Rapper waren in irgendeinem Moment Ein Single Aber morgen legen sich schon alle diese Penner Immer souverän in einer Hölle Nehmen Drogen Und betorben ihre Sinne Tage lang in ihrer Bundesform Mit Deleganz und Damen Aber gebt sie mal Nacht Und kritisieren alle Mal die Erbenehmen Und Verlangen Deine meinem Bruder Keine würde sagen Dieser Junge ist Legende Den Legenden leben selbst nach dem Tod Also gebe ich Gas und ich treme den Thron Son André ist um 2 Merkt euch den Namen Fliegt euch Vielleicht Sprech ukt euch Goshen Amen An Tschüss deuts atom Cap cade empir ט Der Willaknax ist ein mysteriöses Ereignis, wofür noch kein Medikament erfunden wurde. Der Willaknax ist eine Krankheit, die sich entwickelt hat. Der Willaknax ist mittlerweile eine anerkannte Krankheit. Der Willaknax ist eine Ansammlung von Emotionen, die sich entwickelt haben durch die ganzen Tage in der Villa. Der Willaknax entwickelt sich hier, aber du wirst auf jeden Fall nicht derselbe sein. Ich habe Angst, wie das wird, wenn ich hier rauskomme. Ja, also es baut sich langsam auf hier in der Villa und am Ende wird halt jeder verrückt. Also selbst die Leute hinter der Kamera. Also ich muss auffassen. Bis jetzt sind noch viele Sachen und Symptome über den Willaknax unbekannt. Dazu gehören Stühle reinwerfen, Stühle über Stühle klappen, Teddybären betrunken machen. Die Symptome, die Symptome sind... Die klassischen Symptome sind plötzlicher Drang, Sachen im Wasser zu versenken, Sachen umzukippen, rumschreien, Affengeräusche. Symptome, Schlafmangel, Leistungsdruck, einfach Reibung anhand der Charaktere, die hier überall sind. Das sind kaputte Menschen mittlerweile. Affen werden aus dem Zoo gelassen, ab einer gewissen Uhrzeit hier. Und, äh, ja, man ist nicht mehr der Gleiche. Sorry, jetzt, ich muss... Lass mich kurz Luft holen. Das Wort geschüttelt, Stühle wurden in Wasser geworfen, Billardtische wurden umgeschmissen. Psychiatrie, hier war Psychiatrie. Irgendwann musst du alles rauslassen, was hier ist, weil wir sind so unter Druck, wir sind so unter Stress, die ganze Zeit. Irgendwann drehst du am Rad. Die sagen Sachen, die gar keinen Sinn ergeben. Federmausnagel, Schränke werden aufgemacht, Fußnagelschleim. Alles wird kaputt gemacht. Und wir haben gar... Wir sind einfach behindert geworden. Die ganze Zeit musst du Leistungen erbringen, aber parallel bauen Leute Scheiße. Der ist sehr komplex. Kann man ein Buch drüber schreiben. Du musst du langsam behindert hier. Das ist der Winterknacks. Das ist der Winterknacks. Und ja, ich leid auch da drunter. Ich leid auch da drunter. Du wirst es in dieser Industrie niemals schaffen. Diese Industrie. Medienpression. Die locale Handion des weekly Gods spaced. Die Locale Jäuze. Die Locale ist nehm Rugged.